Ja, das ist richtig krass, ne? Hi, na? Hi, alles klar bei euch, Jungs? Ja, klar. Bei dir? Ich muss euch was erzählen. Gestern Nacht in der Disco, so eine geile Olle, sofort mit ihr nach Hause und den Rest könnt ihr euch natürlich denken, oder? Ist es denn gekommen? Ja, aber im dritten Mal hatte ich keine Lust mehr. Ja, verstehe ich mal. Na, andere machen es neunmal in zwei Tagen, also nehmt ihr ein Beispiel dran. Oh mein Gott, seid ihr lächerlich, über sowas in der Öffentlichkeit zu sprechen? Mensch, Jenny, du kommst auch noch in das Alter, glaubt mir. Ha, wenn wir Mädchen über sowas reden, sind wir Schlampen und wenn ihr sowas macht, seid ihr Playboy? Na, wir brauchen halt nicht die große Liebe, so wie ihr euch. Also, wenn der Sex so wichtig ist, habt ihr noch Ahnung von Verhütern? Ja, das ist das Wichtigste dabei. Na dann, zeig mal, was ihr könnt. Eins, zwei. Stopp! Stopp! Junge, wenn du es aufbeißt, dann sind da Löcher drin, dann kannst du gleich wegwerfen. Stopp! Apo-Ring nach außen. Stopp! Du musst da oben zuhalten, du musst Sperma-Platz hat. Fest. Okay, Jungs, also, das könnt ihr zu Hause nochmal üben, ne? Danke. Ressentiere. Und hier, für den Salat, nicht, dass er noch schlecht wird. Und hier, für den Salat, nicht, dass er noch nicht gut ist. Und hier, für den Salat, nicht, dass er noch nicht gut ist. D Quietsche